Aber ganz ehrlich, dass die überhaupt noch so viele Runden verlieren, das ist so traurig. Ja, das sind fast Gold oder so. Oder so MD1, so wie... Also, also, das sind keine MD1. Das sind keine MD1. Ernsthaft nicht. Die Digger, die sind so schlecht. Weißt du, wie ich gehört hab, dass sie in der vorigen Runde RAM kamen? Hä, wie ist der schon in Palace gewesen? Ich konnte nicht mehr so schnell in Palace sein. Hä, gibt's ein CSGO in Speedhack, Digger? So von Laufen? Vielleicht. Hä, weil ich bin, ich bin direkt vom Spawn losgelaufen, da hat der schon in der Ecke gekeimt bei Palace, Digger, da so, wenn du reinkommst. Ja, der wird so gespawrt sein, der ist schneller in Palace durchgelaufen, als ich vom Spawn in Palace reinlaufe. Einen sehr guten Spawn auf jeden Fall. Wie soll das funktionieren? Ich hab bis hierhin... Er kommt jetzt an, guck uns an, Runde 20. So. Hä, vor allem, wir sind ja auch noch in der Dings-Lobby, ne? Hm. Wir sind auch noch in der Prime-Lobby und alles... Oder habt ihr Prime ausgemacht? Ne, wir haben, äh, wir haben... Ja, wir waren enabled. Eins, zwei, 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 vier, fünf Sekunden lang noch so los. Laufst du hier los? Der Typ hier, Cyclone, der... Laufst du hier schon weiter. Der Step geht hier schon durch. Oh Mann, ich frag mich, welcher da ist der Doktor. Irgendwie ist das... Ich weiß nicht mehr was davon, also, äh... Oh Mann, du bist echt taub, einfach nur. Aber ja, meine... Du bist so ein... Oh Gott, du bist so ein tober Mensch, einfach nur. Hm? Mit dem Speed-Tag, weißt du? Du stehst am Spawn noch mal drei, vier Sekunden und du kaufst die P90 erst ein. Und dann laufst du erst los. Ja, Mann, ja. Du bist doch voll lang gebrauchen. Der springt in Palace drauf. Steppt komplett durch hinter dir und Hand. Und dann hat er sich ja dann erst umeinander durchgelaufen. Erst schießt er kurz. Dreht sich hier wieder Richtung Palace. Irgendwann läuft bei. Dann kriegt er nur Rücken von ihm auch. Gott, bist du auch schlimm. Ja, aber... Zipak, das lag auch daran, weil ich währenddessen... mir das Solo von deiner Mutter angeguckt hab. Im Steam-Browser. Da war ich erst mal ganz kurz... Da war ich erst mal kurz... Da war ich erst mal kurz fast. Oh Mann.